Bei den Repetierwaffen gibt es immer wieder Probleme, die Patrone leise in das Lager zu bekommen. Ist der Ladevorgang zu laut, kann der Jagderfolg gefährdet sein. Bei Kipplaufwaffen, wie zum Beispiel bei meiner Krieghoff Ultra, treten solche Probleme erst gar nicht auf. Mit der Ultra ist ein absolut lautloser Ladevorgang möglich. Seit ein paar Jahren führe ich meine Ultra in der Ausführung als Bockbüchse in der Jagdpraxis und bereue die Anschaffung dieser Spitzenwaffe nicht.